Im heutigen Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Person... Hast du gesoffen oder was? Ey! Hallo? Alter! Oh ja! Hey! Hallo! Oh! 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 Oh mein Gott! Wow! Oh! 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 Ähm! Alter, die hatte nicht mal Angst, oder? Nö! War cool! Rotkopf! Rotkopf! Ach so! Ich weiß nicht, ob wir den belohnen sollen und Gast Kimo doch mal schleichen. Bei dem Keli hast du die 100 hier halt nicht geschafft. Du hast grad die 100, da kam das 70er Schild. Ähm... Kollege, das ist knallrot! Hat der denn gesehen? Weiß ich nicht, was der gesehen hat. Nein! Nein! Ich kann nicht kommen! Alter, kein großer Mission ist auch der Klassiker! Oh! Alter, ey! Du Penner! Ja, das ist natürlich sehr schlau, ne? Alter, ich glaub das ja wohl! Ja! 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 Bis zum Schluss! bst raus!